Sarah hatte bei ihren Angaben auf Holly Match nicht die exakte Adresse ihrer Buchhandlung angegeben. Vermutlich versuchte sie auf diese Weise, sich Stalker wie mich vom Hals zu halten. Ich hatte allein 23 Buchläden per Google-Suche in dem Stadtteil ausfindig machen können. Diese Anzahl hatte meine Hoffnung, Sarah noch vor dem Meeting zu begegnen, enorm schrumpfen lassen. Zwar handelte es sich hier nicht um die klassische Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber die Zeit drängte. Bis zu meinem Termin waren es gerade noch zwei Stunden. Sechs Buchhandlungen hatte ich bereits abgeklappert und dabei keine Sarah gefunden. Dabei konnte ich nicht mit Gewissheit sagen, dass es die falschen Läden waren, in denen ich sie zu finden versucht hatte. Gut möglich, dass sie gerade etwas essen war und ihre Angestellten den Laden schmissen. Doch von diesem Gedanken wollte ich mich nicht entmutigen lassen. Auf meiner Liste stand als nächstes eine Buchhandlung mit dem Namen Golden Words. Das Logo war einfach, aber durchaus geschmackvoll in Handlettering-Optik gehalten. Die Rezensionen im Netz versprachen den besten Service der ganzen Stadt und immer eine aktuelle Auswahl an Büchern. Also steuerte ich die 21 Tower Street an und hoffte dabei inständig dort fündig zu werden, um zumindest einen Blick auf sie erhaschen zu können. Was zur Hölle tust du hier eigentlich? Du könntest im Bett liegen und dich ausschlafen. Das nächste Meeting ist verdammt wichtig. Dein Chef hat dich beauftragt, hier die Geschäfte klarzumachen, damit der Firmensitz nach Europa verlegt werden kann. Du könntest damit endlich wieder dauerhaft in deinem eigenen Bett schlafen. Und was machst du? Du schläfst nicht mal darin, wenn sich dir die Möglichkeit dazu bietet. Er mahnte mich meine innere Stimme. Zähneknirschend musste ich mir eingestehen, dass sie recht hatte. Es war total idiotisch, auf der Suche nach einer Frau halb London zu Fuß durchzustreifen und nicht mal mit Gewissheit sagen zu können, ob und wo ich sie finden konnte. Warum verwendete ich nur so viel Mühe darauf, sie ausfindig zu machen? Ich kannte Sarah doch gar nicht. Aber du würdest sie gerne besser kennenlernen, behauptete meine innere Stimme. Auch in diesem Punkt war sie auf der richtigen Spur. Ich wollte Sarah kennenlernen. Dabei war alles, was ich von ihr hatte, ein Foto und ein paar wenige Zeilen, die mir Aufschluss über ihre Familie, jedoch nicht über sie selbst gaben. Das war doch verrückt. Ja, dieser ist ein Foto und ein Foto und ein Foto. Vielen Dank.